Familienfreundlich ist ein wesentlicher Faktor zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Ein hilfreiches Signal ist eine Zertifizierung und ein entsprechendes Qualitätssiegel. Immer mehr Unternehmen wenden sich aufgrund des Wettbewerbes um Fachanführungskräfte dem Thema familienfreundliche Personalpolitik zu. Ein Qualitätssiegel familienfreundliche Arbeitgeber als Auszeichnung hilft Unternehmen dabei, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und das familienfreundliche Engagement in die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei erhalten Arbeitgeber professionelle Unterstützung für ihre Personalpolitik im Hinblick auf Familienfreundlichkeit und Lebensphasen. Das Siegel zeigt nicht nur die Familienfreundlichkeit im Unternehmen, sondern kann auch Anstoß zu positiven Veränderungsprozessen geben. Für das Qualitätssiegel gibt es einige wichtige Voraussetzungen. Dazu gehört, wie glaubwürdig und sichtbar sich das Unternehmen als familienfreundlicher Arbeitgeber darstellt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Arbeitnehmer ist eine Voraussetzung für Familienfreundlichkeit. Zu den Mitteln der Umsetzung von Familienfreundlichkeit gehören klare Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entsprechende Unterstützungsangebote für die Mitarbeiter, flexible Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeiter, entsprechende Unternehmens- und Führungskultur, etablierte innerbetriebliche Kommunikation. Das Prüfverfahren dauert maximal vier Monate und besteht aus einem ausführlichen Unternehmensfragebogen, einem kurzen Fragebogen für die Mitarbeiter und einem Vororttermin. Die Kosten für die Zertifizierung richten sich nach Größe des Unternehmens, wie viele Mitarbeiter, jüngste Meldung an Berufsgenossenschaft, Anzahl von dezentralen Niederlassungen sowie Aufwand der Prüfung. Die Preise, ohne Mehrwertsteuer, für eine Erstzertifizierung sind gestaffelt von SISI. 980 Euro bis 10 Mitarbeiter bis 18.000 Euro, mehr als 5.000 Mitarbeiter.